Zieh ich durch hier? Ja stimmt Aha Voll ungewohnt Guck mal jetzt One on one Competitive Wer ist hier der Beste? Ich, der war Faribu Ja, brauchst du auch weiter Das wär gut gewesen Was? Aber kann der rausschießen? Nein, sehr geht das Ja, du kannst aber nicht rausschießen Das heißt, ich geh ja rein Was? Gott, ich bin jetzt Faribu, Alter Harry ist so gut, Alter Hm? Ok, ich bin gleich wieder da Ah, das wär' ich ohnehin Fall auf dich Blick raus! Ja Nein, guck Nein, ich hab noch nicht Aus Oh nein, nein, nein Oh Was? All diese komischen Propeller-Dinger, ey Zurückhaltig Komm du doch zu her Nein Nein, ich hab noch Nein what ist das Nonno? Na, ich hab mich Ich hab mich Nein Na Na No No Ha 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 Who war ist das? Ich hab mich Ich hab mich Nein! Nein, mir wurde gefallen! Mann, ey, das ist so ne Scheiße, ey! Ich hab' die Pika-Schutz-Wonch erfüllt, ja? Sie wollte, dass ich Mati fertig mache. Ich hab's geschafft! Trotz des Drucks, ja? Toll, ey, das ist nix, ey, was soll das denn, ey? Hab' ich jetzt gewarnt? Oder wie war das auch mal? Ja, du musst ja den ganzen Abend hier, ne? Ach so, ach Gott, so anstrengend. Ich hab' doch nur Among Us schon die ganze Zeit gewonnen. Glaub' ich zumindest. Er ist nicht gewonnen. Doch? Ne, Quatsch. Nur die Runde, wo ich halt mit dir wirklich gehe, aber auch nur aus deinem Glück. Ich start' mal die Switch neu. Okay, mach' das. Okay, Skyler hab' ich gewonnen. Und Cheesecake. Lerntet's hier nicht. War' ich nicht imposter. Ich versteh's nicht. Normalerweise kann's sich ohne Probleme verbinden und jetzt auf einmal nicht mehr. Vielleicht die Internet-Spläne. Ich hab' doch einen eigenen separaten Router dafür. Okay. System-Anstellungen. Schade. Internet-Anstellungen. Was? Warum magst du dich denn so lange muten? Kann ich in Ruhe Haribo fahren. Und Nick ist ja auch manchmal da. Ach so. Guck mal, ich hab' dich vor der Straße gerettet. Danke. Danke. Ja, voll gerne. Und danke für den Clips, Elina. Einfach das bestes Match ever, ey. Schon ein bisschen? Ups, ich hab' das Auto geklappt. Boah, ich muss hier ja noch halbwurfer fertig machen. Die Schule ist hier, ey. Vor allem, komm her. Nee, komm du her. Was? Ach so, ich hatte... Ich hatte nichts Glock, ey. Wie so. Nein! Boom! Boah, ich... Boah, ich hatte so Angst, dass du den Smash hast. Boah, ich hatte so Angst. Das war so traurig, ey. Das war so traurig, ey. Das war so traurig, ey. Nein. 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 Das war schon ein bisschen lustig. Ein bisschen, ja. Nein. Wer hat das Auto? Was ist denn gerade explodiert? Ich weiß es nicht, aber jetzt hat mich gewettet. Mein Pumper. Ach so. Witzig. Nein. 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 Ich wollte gerne. Nein. Oha. Ja. Oh boy. Nein. Jawoll. Boah, haben wir andere Auswerfen? Das war so asozial, ey. Aber ja. Oh. Ich stehe jetzt nicht. Ich bin Monster, Alter. Ja, läuft doch ganz gut, easy. Vers 3. Oha, competitive map. Und Ultraschreis nicht dabei. Oh. Aber Cheesecake freut sich irgendwie auch immer bei. Ja, okay. Ja gut, dass Cheesecake auch dabei ist. Ja, okay. Ja, okay. Ja. Oha, die Musik ist voll cool. Das wieder beide. Ah. Also zumindest bei mir, ich weiß gar nicht was ihr für. Ich glaube bei euch das anders. Ich höre alle meine Händchen. Na das glaube ich dir, ey. Geh weg, Haribo. Nein. Geh du weg, ich erzähle das hier. Boah, ey. Autsch. Boah, die Map ist so richtig groß, ey. Komm mal ein bisschen. Boom, boom. Autsch. Soll ich uns Knicks wenden? Ja, würde ich sagen. Los, Haribo, Attacke. Mann, ey. Okay, ich kann wahrscheinlich nicht mehr mitmachen. Ich wünsche euch noch einen schönen Stream, ne? Alles klar, und dann hoffe ich, dass es beim nächsten Mal wieder ganz gut klappt. Noch. Und bis zum nächsten Mal. Mann, Nick. Ich hoffe, das klappt dann beim nächsten Mal wieder, ey. Das wär cool. Nick, hast 20%? Ja. Das ist schwer. Ey, ich will ja nicht gegen euch kämpfen hier. Ihr seid hier zu, zu. Ich bin der einzige mit zwei Stocks hier, ey. Das geht dann. Du siehst du doch, dass es geht. Ne. Boah, voll ausgeglichen, ey. Boah, okay, das wollte ich gar nicht. Boah, ich hab den Ball nicht getroffen. Wollen wir denn den Rand nicht getroffen, hätte. Wäre schon gezielt gewesen. Also, ich hab deine Bombe aufgesucht. Hab ich gesehen. Ach, hat er. Ne. Ne, schade, ey. Ich hab die Wasserbindung. Boah, was ist das? Ich hab die Bombe aufgesucht. Ja. Boah, die Mammel ist einfach viel zu groß, ey. Du musst, das ist eigentlich wie die Bombe aufgesucht. Für acht Spiele ausgelegt. Ich bin hier drin, na dreieinhalb, ey. Dreieinhalb. Wuss, schade. Jawoll, nice. Voll getroffen, Haribo. Süß, ey. Mann, ich möchte mal Haribo treffen, wenn er seine Coatsche verloren hat. Das ist am lustigsten, ey. Scheiße, das ist das. Mann, ey. Powerpill. Nein, ich wollte auf diese Plattform planen, ey. Mach mal los, ey. Neck. Da, da. Neck, ey. Ich bin nicht da. Nein, nein. Bist du, bist du nicht. Geh weg. Okay. Ich geh zu Neck. Du, die will nicht mit mir spielen, Neck. Oha. Ich will auch nicht mit mir spielen, Neck. Ich will auch nicht mit mir spielen. Niemand mehr zu sagen, dass hier noch... Boah, die Map ist so einfach groß, ey. Ich meine, das will man doch leben, ey. Geh weg hier! Steck dir, geh weg! Geh weg! Nein, geh weg! Mann! Als ob, ey, als ob, ey! Ey, ey, ey. Ich muss ja nicht mit zwei Leben kaputt machen, ey. Das ist es, das wäre... Ach, nicht! Nicht gesehen. Johnnie, go! Ja, nicht schlimm. Ach so, okay. Dann kann ich weitermachen. Ja, ich muss das halt alleine machen. Ich muss das halt alleine machen. Das ist halt alleine. Hopp! Und Haribo, wie läuft's? Ist immer noch nicht fertig hier... Ne, noch nicht ganz. Soll ich runterspringen? Mh... 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 Ich glaube, du... Ich dachte, du wolltest alles fertig, Mann. Ach so. Jetzt hast du noch ein paar Runden vor dir. Na toll. Jetzt zieh durch, da geht Gas. Was ist los hier? Und ich lebe hier immer noch. Oh. Wohin, Haribo, ich wollte voll durchziehen, ey. Oha. Also, ey. Du bist ja auch voll heavy, ey. und ich bin einfach immer neu nein jetzt hier oben riecht boah Arimo räumt heute richtig auf, voll FD was ist los hier? was ist die Kraft von Pikachu? vielleicht was ist die Kraft von Pikachu? oh noo kann ich das nicht kaputt machen? oh ja das geht ups oh der ist so ne die body map ist so asozial genau deswegen ich bin einfach boot ouch boot nein boot boot boy boi diese Kraft ist schon wieder ey boi boi stürf nein nein ha ha boi gib mir Ruhe 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 ha 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 boi die sind so happy ey boi das ist so heftig die map ey ah shit 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 nein 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 das ist meine Kasse ha 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 ich bin doch weg ha ha man ch Nein, das ist meine Krabbe, oh nein, das ist meine Krabbe Oh, goodnight, oh shit Not me, no Okay, okay, ich bin hier, geh weg Oh my god, das ist so gross, hey Nein, das ist so gross Oh my god Hey, du bist so gross Oh, wie ist das so gross Oh, wie ist das so gross die art ist halt so ein netz sein ja die dinger sind so unendlich stark die haben wir auch so oft ja die ist sehr sehr oft oh die kumbo Oh, ey. Flugzeugwechsel. Oh, ich hab Nick mit seinen eigenen Hydrant besiegt. Nein! Warum? Mann, ey. Das war meine. Mann, wie auf Bruch da ist denn voll unverschämt, ey. Oh, no, no, no. Na, Mann, ey. Keine Chance, ey. Ne. Ich nehm doch. Schade. Ja, finde ich auch nicht. So viel. So viel. Okay, ich muss mich nicht mehr stecken. Nein, ey, diese scheiße Bumbe, ey. Ich weiß nicht, was da aussieht. Mann, ey. Weg, weg. Boah, shit, ey. Ich wollte voll... Was? Na, schade. Gut. Ich hab gesagt, geh weg. Boah, shit, ey. Guck weg. Guck weg. Schade, ich dachte, wir müssen grad fliegt weiter, ey. Das ist von Asozialer-Kack, ey. Na, boah, wie unfair. Boah, weißt du, was ist da auf der Weg mit dir? Du hast... Ich hab grad... Wo kann's sein? Boah, ich hab voll diese blöde Brombe getroffen, ey. Nein. Oh nein, ich bin vorbeige... Oh nein. Aber wie unfair. Das ist von unfair. Unfair, ey. Asozial. Ich glaub, ihr schummelt. Mhm, nach mir auch. Komm mal ein bisschen. Ach so. Ich hab mir schon fast gedacht, aber ich dachte... Ach, Daniel. Was? Nicht die Orangen. Nicht die Orangen. Missed. Boom. Mist. Mist. Boah, Haribo kann das Match noch voll random machen, ey. Mein Map ist auch so... Bisschen Banane, ey. Weil die geht eigentlich... Die geht eigentlich voll klar, ey. Die geht eigentlich voll klar, ey. Ich hab gar keine Mühe mehr. Boah, ich hab noch keinen Mensch heute gewonnen, ey. Oder sieh alles in diesen blöden Maps, ey. Du hast eigentlich schon gewonnen. Was? Keine Ahnung. Ja, süß, ey. Es ist das letzte Mal, dass sie gewonnen hat, weil er eine Ongel. Hö, 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 Endbahn, hö, Genau. Oh, oh. hauer paribot man diese selbst so kippen Prozent nur ein okay ich hab hier oben ist versteckt ist seitdem Oh, eigentlich wollte ich mich nicht treffen. Alter, was ist denn los hier? Mager, ey. Raste aus hier. Bitte raste aus. Achso. Jetzt müssen wir wieder Nick raushauen, ey. Das. So, jetzt ist es wieder totally balanced. Ah, ok. Totally balanced. Und ja, jetzt ist er wieder bei... ...weil... ...zwei... ...ne... ...maa, was nicht klar, ey. Geht das da, geht über da hin. Na. Mal, Nick wirft mit Steinen. Das ist ein Schlüssel. Achso. Zu deinem Herzen. Ne. Zur Hölle. Oha. Harry bot einfach deine Glocke auf. Entschuldigung. Die Map ist so albern, ey. Die Map ist so albern, ey. Die Map ist so albern, weil man immer... ...haha. Oh nein. Oh scheiße. Geht mal kaputt hier. Nee. Zermoten. Nee. Ich hab's gespielt, Zermoten zu stehen. Oh man. Boop. 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 Eigentlich kann Harry nur noch einen nehmen. Muss auf Nick gehen. Und auf Matti. Nee, kann ich nicht. Achso. Doch, du kannst runterspringen. Das ist albern, hallo. Das macht nur Harry. Das wär... Das wär... Das wär... Das wär... Das würd ich ja nicht nachmachen. Ja, das wär sonst... Boop. Nein. Ja. Boop. Oha. Hellenhaft Harrybruch. Was hab ich gemacht? Äh... Nick ich kaputt gemacht. Achso. Entschuldigung. Also quasi wie ne Mongas. Achso. Ach verdammt. Geh weg. Nein. Nein, nein, nein. לא. Oh. Nein. 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 Du bist dran. Ja, ich Operations haben. Wie kann's ist dasят? Nein, nein. nach dem zeit special kann also packen noch was sie jetzt machen mal die map ist echt nicht geeignet hier mal da möchte man nur hier geht das nein größer nein ich würde mal machen kann schon nicht Oh shit, das hätte ich voll gut, das hätte ich voll nice treffen können, ey. Komm schon, komm schon, ey, geh noch nicht raus hier, geh noch nicht raus hier. Boah, wie lange nicht mal lebt, ey, ich muss nicht einfach kaputt gehen, ey. Aber selber, ey. Jetzt aber, komm, krassi, gut. Boah, ey, ich wollte gerade sagen, ich bin ja nie fertig hier, ey. Wenn ich könnte, hätte das auch 10 Blut weiter länger gemacht. Ja, ja, aber du wolltest jetzt Haribo nicht mehr verhandeln lassen, aber es geht da kommen, ich lass eben. Ich wollte Haribo noch mal töten. Ach so? Hast du dich noch anders schon gemacht? Nein, ich hab auch gesagt, ich hab kein einziges Poster. Ach so? Echt, kein einziges Mal heute? Ich hab schon, ich war nur Crew mit einem Science System. Wow. Ah, du warst sogar mal, oh krass, das finde ich, aber wenigstens etwas. Ich war nur noch, also halt ein Poster und ich hab noch mal das Crew, halt. Also ich glaube, ich war, ich war sogar mal Ingenieur, ey, aber das war, war das gut. Das war da, wo Skyler im Poster war und in den Kongs getötet wurde. Das war ein Problem, ich bin halt gewendet, also konnte ich nicht sagen, ja, das war schon ein bisschen doof. Ja. Oh ja, Skyler war recht oft heute, ne? Hm, boah, das ist so, also ich muss sagen, ich mein, dann ist es halt auch irgendwann heftig und eilbar, wenn man irgendwann so oft im Poster ist. Ja. Ich mein, ich war ja auch einige Male, nachdem ich geil ausmacht, ich auch so, boah, kein Bock mehr, ey. Ich mein, im Poster sein macht Spaß und ist also auf jeden Fall witzig, gerade so zu zweit. Ja, wenn man es kann. Ja, aber ich bin am liebsten auch irgendwie zu zweit. Aber das Problem ist, man ist, das Problem ist aber auch, irgendwann ist man halt so auf dem Poster, dann ist dann halt so, oh, dann ist halt genau das Phänomen, was Miko dann sagt, ja, es wurde so oft schon getötet, ne? Dann kann es ja nicht gut sein, weil man auch nicht weiß, wie die anderen als im Poster sind. Ja, ey. Also, als wir beide mit dem Poster waren, hab ich, glaub ich, auch langsamer gekillt, als sonst. Aber, super schwierig, ey, keine Ahnung. Ja, ich hab ja auch, ähm, weiß nicht, war auch nur einmal dann, weiß ich nicht, war ja wegen, äh, was war das, äh? Ja, ich hab mit mir gearschen. Oh, nicht auf alle, bitte. Entschuldigung. Ähm. Möchtest du noch den Satz beenden? Ähm. Sonst, geh ich auf die Toilette. Hast du nicht, geh auf die Toilette. Dann sag ich gleich. Alles klar, bis gleich. Ne. Ich hab mich einfach noch drei Leben vorbe. Oha. 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 Aber gut, ich mein, hier sind eine Metroid-Bab, ne? Da hast du halt keine Chance. Samos hat hier halt den Vorteil. Da ist nicht schlimm. Äh, ist auch nicht schlimm. Ah, find ich cool. Machen wir, machen wir dann. Sonntag Sonntag Oh, ne, da wird Kipp ihn wieder da Oha Ja, wir kämpfen immer noch Was war das denn? Die Map hat sich geändert Die Map dreht sich einfach nicht so Das ist doch 3 Leben, ne? Hab ich das richtig dort noch gesehen? 3D? Ja, ich glaub schon Mhm Aber ja, Amos war echt cool Na ja, war nicht 11 Leute, ne? Zwischendurch tanzt sich War voll viel, ey Einzelnen Postabod Ja, to be like me Immerwings geiler Aber ich muss sagen, man merkt einfach, wie heftig dann... Imposter sind so Äh, so stark einfach auch als Team Wenn die gerade richtig gut dabei sind, ey Man muss echt, also wenn es gute Imposter sind Dann, also Double Kill sagt, da ist schon Okay, such ein guter Imposter, also schnell raus damit Da muss man leider Also auch da hat man schon gemerkt Gerade als Skyler und Guder, dass Einmal Nick und mich direkt getötet haben, ne? Da war einfach, okay Muss halt raus sein, ne? Muss halt auch Verdacht Richtig Aber ging schwer, wenn man kein Verdachten hat, ne? Wenn so alle, alle so mehr oder weniger alleine waren Oder so Also ich glaub, es war nicht wirklich fast irgendwer Ja Ja, ich glaub, viele merken sich auch gar nicht, wer wann raus geht aus dem Schiff Aber ich muss sagen, das ist echt auffällig Furchtbar, wenn wirklich viele dabei sind Und man startet grad die Runde und dann ist man nur noch zu dritt im Schiff Und alle anderen sind schon weg Ja, ja, das ist halt das Problem bei mir Bei mir ist ganz lange Black Screen Und dann geht die Runde los Und da stehen nur noch zwei im Dropshift oder so Ja, das ist bei mir leider auch, weil Ja, das ist bei mir leider auch, weil Ja Was heißt, du suchst nicht eigentlich? Nein! Gut! Hahahaha 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 Hops Hahahaha 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 Chill Dann hast du jetzt dein Zielgewahl geschafft, ne? Ja, das ist wieder Ich liebe das Das ist so schön Hahahaha Das ist okay, natürlich Hahahaha 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 Aber ich glaub Aber gut, ne, ich mein, da kann ich Also ich muss sagen, es ist halt halt heftig, ne? Wenn man Wenn zwei Also Doppelkill ist, glaub ich echt so ein Ding, ne? Wenn du das machst Ich weiß nicht Also dann Ich weiß nicht Ich find schon elf Crewmails schon echt schwer, ey Also selbst mit zwei im Postern war das so Schon schwierig, ne? Wenn du dann den ersten Doppelkill, keinen Anhang Zweiter Doppelkill, keinen Anhang Was willst du machen, ne? Richtig Dann halt wirklich auch Verdacht anboten, was wir auch teilweise gemacht haben, aber war das ja immer falsch, glaub ich sogar Hahahaha Ab elf, ich weiß nicht, ich muss sagen Ab elf würde ich jetzt echt, weiß ich nicht Drei Imposter für die so heftig Ne, drei Imposter ab 12 oder 15 Ich würd auch sagen, er hat 15 Ich würd auch sagen, er hat 15 Also elf ist vielleicht noch ein bisschen zu früh Also bei drei Imposter muss ja, weil Also ich was Ähm Ähm Ja, ich mein, was ein Füppelkill Vor allem das so Ich muss sagen, drei Imposter Find ich generell so eine Option, wo ich mir denke Alter, geht das überhaupt Genau Ich meine, überleg mal Du bist mit 15 Leuten Auf jeden Ähm Vier Crewmates Eine Imposter Okay, das geht ja noch Mhm Ja, wir machen ja ab Ähm Acht immer zwei Genau Das heißt, dass auf jeden Imposter Drei Ähm Crewmates Das heißt, zweimal können die ein Doublekill machen Und dann wär die Runde vorbei Mhm Wenn drei Imposter sind Drei Ich glaub, 12 Ich glaub, ab 12 Würde ich sagen Weil bei 12 Ja, ja Also in 5 und 5 Einfach so Drei Aber es kommt, glaub ich, auf der Map Zum Beispiel Ich glaub, beim Schiff drei Imposter Und das wär, glaub ich Ja, aber eher schon Entschuld Ja, genau Dann hab ich da Und Also Also Nächste Woche Willst du dann Airship spielen? Genau Nächste Woche würde ich gerne Airship spielen Ich muss sagen Also ich glaube Da kann man so gut Leute verstecken Die so groß Airship ist so ne Kacknap Ich hab's noch nie gespielt Also Glaub ich auch nur Irgendwie ein Bisschen so Das Spiel mal zu gucken Du suchst aus Wo du spawnst Und dann Musst du Leiter im Unterkessel Hin und her fliegen Mit so Schwäbe Plattform Die Sache ist, glaub ich Ich glaub Airship ist, glaub ich, so ne Map Da kann man schon wieder Imposter Weniger machen So bei ner gewissen Anzahl Aber ich glaub zwei Imposter Wenn du da irgendwie rumläufst Oder so Die ist ja so groß Mit 8 Leuten nur eine Imposter Ja, echt mal so Airship ist, glaub ich, echt so Da kannst du 10 Leute Und eine Imposter So, da kann sich da Ich mein, wie will man den finden? Na, da muss man echt Ich glaub Wow Kann ich da jetzt deswegen nicht mehr hoch Neben dieser Ne, du wärst Du hättest ein bisschen höher gewusst Du kannst da durch Aber du kannst dich nicht mehr festhalten Ja, ich hab in den Chat geschaut Aber ja, äh, ich glaub einmal haben wir die echt gespielt Aber ich weiß, war das noch bei dir da? Ja, war bei Selina Hat hattet ihr sie gespielt, das weiß ich noch Okay Da hab ich noch zugekuckt Nein Halsch Ich muss nur auf Ninger drei leben, ey Okay. Nein! Aber heute kam nicht ein einziges Mal da mit. Das war voll überraschend, ey. Aber fein ich mir die Ferien nicht. Ein ganz anderes Ding so und sonst gemacht, ey. Naja, für das nächste Mal bestimmt dann wieder. Wenn du wieder morgens streamst. Amun, gut. So. Oh, ich den noch. Da noch. Boah. Ach, Mann. Geh rüber zu Nick, ey. Okay. Das stimmt, das war auch zu der Zeit, wo ich selbst auch keine Lust mehr hatte. Oh, von morgen hast du weiter. War halt echt zu viel, irgendwann. Oh, ne. Habe ich noch den Metallbuff? Ne, ne. Oh, das blöde Schwert, ey. Oh, ich lebe noch. Oh, ich lebe noch. Oh, ich lebe noch. Oh, ich lebe. Oha. Nein! Wo du, grabst du hin! Was machst du? Ich wollte mich voll dran grabben, ey. Und dann natürlich grabt sie in die falsche Richtung, ey. Oh boy. Jawoll. Kann ich euch da durchgrimmen? Nein, ne? Nein, oh scheiße, maybe I made a mistake. Nein! Oh, geht doch. Oh, ich weiß nicht, was ich. Was? 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 Oh, jawoll. Oh, jawoll. Oh, jawoll. Oh, jawoll. Ja, gut, klar. Ich erinnere mich an ein paar Fügemanns. Aber ich glaube, die Airship, die ist halt echt groß und ich glaube... Ist sogar eigentlich, glaube ich, die Größe. Ja, jetzt ist es die Größe, weil man hat ja sogar am Anfang diese Start-Sporn-Zeit. Richtig. Na, da muss ich ja wecken, wo wer gespornet ist. Mhm. Aber wir können es einfach mal ausprobieren. So, wenn wir 18 sind einfach, dann kann man ja immer noch... Oha. Oha. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Ich hinziehe mich, bitte. Womit? Ich... 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 Ich kipp dich bitte. Du kannst nicht mit. Warum nicht? Ja, wenn Nick hier... Mann, hier ist alles so friedlich, Nick. Ja, genau. Gib ihm Mario, gib ihm. Ich helfe dir. Von Haribo krefft. Nein. Wo schießt er hin? Ne, ich hab das TRC nicht. Achso. Ich auch nicht. Geh doch mit Update-Banade, ey. Ich bin von rausgelegt. Nicht rausfliegen. Danke. Ja, genau, sie ist die Insel aus Juli. Nein. Ach, das ist die Insel aus dem Lied. Ach, das ist die Insel aus dem Lied. Hey, bitte, hey, geh mal rein. Nur aufzunehmen. Das ist das da. Der Bank von Heim, hab ich das schon gesagt. Mal gehen rein. Genau rein. Der tut nichts, versprochen. Du klingst ein bisschen sus, muss ich sagen. Findest du? Schon ein bisschen, ja. Niva. Juuu. Beide raus ist die Wasser, ey. Willst du nicht wieder rein spielen? Nee, ich hab, der Hei ist wieder weg. Ich hab keine Tauchanzug. Mann ey. Boah, da ist er wieder. Nein, lass ich mir zu ruhen. Nein, lass ich mir zu ruhen. It's... It's fire. Wow, Haribo rasselt gerade voll aus hier. Oh, da hatte ich gerade... Was war das? Ich war das an der Bombe aufgesammelt. Ach so, lol. Mann, könntest du bitte kaputt gehen. Nein, ich hab Angst um kaputt gehen. Magie kaputt, ey. Geh du doch kaputt. Magie selber kaputt. Nein. Was? Ich hab ne Kokosnuss? Hey, das gibt es doch nicht. Ich wollte einfach fast... ...ehr zu 100 Prozent, ey. Nein. Huh. Ich dachte schon, dass ich mich gewischt. Nein. Ja, endlich. Gott sei Dank. Komm nicht, wir müssen uns gegen Haribo... Ich verstehe das gut, aber das geht auf dieser Map nicht, ne, ey. Hm. Verdammt. Mann, diese blöde Bombe, ey. Gut. Nein. Boah, das ging ja schnell, ey. Das ging jetzt schnell, ja. Komischerweise. Oh. Jetzt hat Nick wieder zwei Leben, ey. Wir müssen Nick raushauen. Das war nicht Nick. Toll gemacht, Matti. Jawoll. Boah, voll getroffen. Boah, da ist ne Bombe, ey. Ey, ich hab nur noch einen Leben, ey. Ach so, Haribo. Aber... Boah, aber er hat mehr Prozesse. Nein. Boah, ich hab ein bisschen... Nein. Alkoholende drücken. Ey, schieß die Wohne. Okay. Nein. Nein. Oh, ich seh noch. Ähm, wie weit ich in Hollow Knight bin? Gute Frage. Was ich hab Hornet auf jeden Fall gemacht und den grünen Weg bisschen erkundet. Oder was das bisschen? Ich glaub, ich hab jetzt auch fast alles, was ich erkunden kann. Und wenn jetzt im Mantisdorf. Da bin ich jetzt gerade. Nein. Die Dinger, ey. Nein. Geweck nicht. Nein, 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 nein. Oh, geweck. Komm. Ja. Kann ich nicht rauswerfen? Tatsache. Das... Ja. Ja, wir machen auch nur eine... eine Runde machen. Ich seh grad, es ist gleich 23 Uhr, ey. Oh, die shit, ey. Tschüss, Nick. Ist nicht schon raus? Ohne Witz noch? Ich glaub ja. Nick? Tatsache. Okay, dann machen wir noch... Ja, komm. Machen wir noch... Machen wir noch eine finale Runde, oder? Wir sehen die vor heute. Einde gelähne. Boah, wie die Zeit verging, ey. Boah, krass, ne? Ja. Boah, genau die richtigen... Guck mal richtig episch auf Zelda. Daaa! Guck mal dein... Das geht wie und die gucken, ey. Boah, ich bin mal gespannt, was du dann ausfühst, ey. Mal schauen, wie die macht. Boah. Hör mal! We gone, Demon! Ey. Das fängt ja gut an. Ich hab nur 0%. Ich bin unbesiegbar! Nick war mein Schwachpunkt, ey. Aber jetzt, wo Nick weg ist, jetzt hab ich einfach... nicht untouchable. Oh boy. Für was? Nein! Okay. Komm wieder zurück, in der einen. Nein. Wo kommt die... Ich hab auch fast, ey. Random Bomben aus dem Hintergrund. Schon vorhin! Ja, das ist wie... Ja, die kam einfach aus dem Hintergrund. Da war so... Turm... Kanonenturm. Ich möchte sagen, jetzt ist gerade richtig, die ist für Musik, ey. Sieht aus Braves und Wildtrailer so. Däh, däh, däh. Was? Achso, die kommt gar nicht von dir. Das war so lustig und das Ausrufezeichen war exakt bei dir einfach. Das sah schon witzig aus. Willst du nicht mal rausschlägen oder so? Mhm. Achso. Das ist jetzt meine. Schade. Nein. Nein. Oh nein! Hey... Mal schön wieder mit Dax Samu spielen zu dürfen. Ey, das ist voll loben geworden. Ich weiß gar nicht wie ich mental damit umgehen soll. Es ist echt eine Weile her. Nein, er ist auch voll reingefallen. Oh, willst du mit mir? Mh, oh, hier deine Bombe. der hatte ich hatte ich schon vermisst ein toll boot nein nicht nicht doch nicht was die kanone voll auf mich geschlossen unverschämt ich dachte ich schießt immer auf dich ich hatte ein bisschen angst du was das mit deinem aber aber da fällt mir ein ich habe noch zwei ich hätte auch gefeiert wenn ich also ich war jetzt immer wenn ich